Hallo und herzlich willkommen zurück auf der Matte zu unserem Keks-Burner-Workout. Heute wird richtig geschwitzt, heute fördern wir die Kondition, bringen den Kreislauf so richtig in Schwung und kurbeln den Stoffwechsel an. Weil, seien wir uns mal ganz ehrlich, wer von euch war noch nicht in der Keks-Dose? Das darf auch sein, aber deswegen versuchen wir auch einen schönen Ausgleich und werden so richtig Gas geben. Auf geht's auf die Matte. Vorher noch einen kleinen Flug trinken und dann legen wir los. Sehr gut. Noch drei Wiederholungen. Und Hüftbreitestand, tiefe Hocke und wir kommen auf die Zehenspitzen hoch. Schön durchstrecken. Und gesitzt. Weit nach unten absenken. Sehr schön. Letzten zwei. Und wir gehen tief in die Hocke. Steps zur Seite. Einmal rechts, einmal links. Das Standbein bleibt schön gebeugt. Und wir lassen die Oberschenkel brennen jetzt. Bauchnabel fest anziehen und dynamisch weiter arbeiten. Und wir bleiben hier tief in der Hocke. Tiefe Hocke. Und kleine Pulses. Ganz unten. Die Gemeinen. Die Kleinen sind die Gemeinen. Gut, so. Fast geschafft. Drei Sekunden noch. Spitze on langsam. All right. Jumping Jacks. Nimm deinen Atem mit. Aktivier deinen Bauchnabel. Schöne, große Bewegungen. Und. Und wir lösen. Komm ans Ende der Matte. Und roll dich vor in eine Planke. Einmal rechtes Knie. Linkes Knie zur Brust. Und dann roll dich schnell zurück. Und streck dich. Hocke vor. Rechts. Links. Hocke back. Strecken. Yes. Letztes Mal. Und wir lösen. Rechtses Bein zurück. Wir bringen die Arme hoch. Und tief. Hoch. Tief. Sehr gut. Und letzten zwei. Und lösen. Wir wechseln das Bein. Linkes Bein nach hinten. Jetzt gehen die Arme gebeugt zur Brust. Gut. Und wir ziehen die Schulterblättern zusammen. Das hintere Knie führt die Bewegung. Sehr schön. Fast geschafft. Super. Und wir lösen. Steig rechts zurück. Rechts zurück. Komm vor. Mach einen Jump. Steig links zurück in den Lunge. Squat Jump. Tief. Jump. Jetzt wird es intensiv für die Beine. Schön locker in den Fußgelenken. Zurück. Letzter. Jump. Und lösen. Ab in die Jumping Chats. Super. Locker deine Beine wieder aus. Super. Schenkt mir ein Lächeln. Gemeinsam geht es durch die letzten Minuten. Super. Wieder zurück ans Ende der Matte. Walk out nach vorne in die Planke. Rechts links. Und aus. In die Rückenlage auf die Matte. für den Bauch. Beine sind gestreckt. Wir bringen einmal das rechte Bein. Das linke Bein tief. Und beide Beine absenken. Tief. Und letztes Mal. Und wir halten. Bleib jetzt schön kraftvoll. Hier in dieser Position. Wunderbar. Durchhalten. Unteren Rücken schön auf der Matte halten. Ein paar Sekunden noch. Drei. 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 Komm hoch. Heb deine Beine an. Wir gehen. Wir gehen in die Seated Crunches. Sehr schön. Dreh. Dreh. Super. Yes. Wunderschön. Dreh. Super. Strecken. Die letzten drei. Zwei. Eins. Huh. Russian Twist. Gleich hinten nach. Schöne Twists. Super. So, sehr gut, drück deine Beine zusammen, halt die durch mit mir, die letzten Sekunden und langsam lösen. Okay, Sit-Ups, komm hoch und roll dich langsam wieder zurück, aus, ab und vor, Wirbel für Wirbel ablegen und zurück, letztes Mal. Und lösen, Bicycle Crunches, Rückenlage, schnelle Beine, diagonal. Sehr schön, yes. Und wir bleiben dran, super. Super, fast geschafft, super und wir lösen, wunderbar. Es geht wieder in die Side Steps, Step, Step. Yes. Und dynamisch weiter. Zurück ans Ende der Mathe, Walkouts. Rechts, links und zurück strecken. Vor die Planke. Und zurück strecken. Zurück. Und letztes Mal. Und aus. Wir gehen in den Low Plank, Unterarmstütz und arbeiten uns unten durch in die Crunches. Das ist es. Super. Super. Bleib schön tief. Schulternelbe muss ein auf Höhe. Und die letzten Sekunden. Ab in den High Plank. Und ab in den High Plank. Schöne gestreckte Position. Starke Planke. Wieder eine Elbung leicht nach außen. Bauchen aber nach innen ziehen, Schultern zurück. Blick nach unten ausrichten. Und ein paar Sekunden noch. Du hast es gleich geschafft. Und wir legen ab. Komm in ein Seitenlager. Seitlicher Stütz. Becken ab. Anziehen. Und wir kommen in die Crunches. Relativ zügig. Alright. Letzter. Super. Schneller Wechsel. Auf die andere Seite. Unteres Knie. Ablegen. Und Seitenwechsel. Crunch. Ausgezeichnet. Yes. Huch. 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 Drei. Zwei. Eins. Und ablegen. Jetzt wird es nochmal intensiv. Komm in deine Planke. Spring nach vorne. Jump. Tief. Sumo. Jump. Leg. Okay. Letztes Mal. Hold. Und lösen. Jumping jacks. Next one. Jumping jacks. Next one. Drei Sekunde. Und. Tief. Two hardmen. Side steps. Huch. 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 All right. Bewegung. Huch. 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 Super. Wir haben es gleich. Und. Lösern, komm auf die Matte in Bauchlage. Bring die Arme nach vorne. Beine von der Matte lösern. Super, man. Schieb die Arme zurück. Kraftvoll. Letztes Mal kurz halten. Wow. Ablegen, Vierfüßlerstand. Kombination für den Po. Bein wegstrecken. Donkey Kick, 2, Hydrant Kombination. Bisschen noch. Go. Letztes Mal. Stay, 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 stay. Und zweite Seite. Hoch. Hoch, öffnen. Ab. Seite. Super. Let's go Halten Ablegen Rückenlage, Glutenbridge Walkout Finally Bring den Becken hoch Und jetzt wander rechts raus Links dazu, rechts rein Links rein, wechsel Sehr schön Fast geschafft Die letzten Sekunden Alright, einmal noch vor Vor, vor Ab Und Auf die Matte sinken Streck deine Beine Leg deine Arme ab Schließ deine Augen Super, danke fürs Mitnehmen Du hast gut mit mir durchgekämpft Superschönes Gefühl Lass jetzt alles los Wir sehen uns das nächste Mal auf der Matte Danke fürs Mitmachen Und Bis bald